Richtig, und da haben natürlich die amerikanischen Profiligen auch Erfahrung. Es war dort in der Vergangenheit häufiger so, dass durch die dauerhafte Stärke einiger sehr finanzstarker Clubs, dass dort eine Langeweile kam und dass einige Clubs sogar pleite gegangen sind, weil die Leute dort halt nicht mehr hingegangen sind. Und das haben wir in dieser Form, also in dieser konkreten Form in Europa noch nicht. Noch nicht, sage ich dazu, denn das könnte natürlich kommen. Denn das Problem ist natürlich, dass unsere Fußballvereine, vor allen Dingen die Spitzenvereine, sind zum Erfolg verdammt. Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes, erschienen bei Westend. Und ich stelle mal wieder fest, dass SR2 doch die ideale Sportwelle ist und die ideale Fußballwelle. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe vorliegen, hören wir mal gleich den nächsten. Was glauben Sie, warum die Leute sich nicht mehr über die FIFA-Skandale empören? Die Leute, die im DFB organisiert sind, gemeldet sind, sind formal DFB-Mitglieder. Aber selbstverständlich dürfen die nicht den DFB-Vorsitzenden wählen, nicht an der DFB-Politik teilnehmen, sondern das läuft über ein komplett intransparentes System von Delegierten. Und das setzt sich natürlich dann fort. Der DFB ist die deutsche Stimme in der FIFA und ist auch nur eine Stimme unter über 190, ich glaube, 197 Mitglieder hat die FIFA. Das ist mehr als die UNO. Und das ist halt ein komplett intransparentes System, zu dem man auch gar keinen Zugang hat. Man versteht nicht, was dort vorgeht. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich wüsste mal gerne, wie Sie die Zukunft von Josef Blatter sehen. Und glauben Sie wirklich, dass bei einem zukünftigen Chef der FIFA, wie es eventuell nicht jetzt Platini sein kann, sich Entscheidendes für der FIFA ändert? Na mal gucken, vielleicht kriegt Blatter ja noch den Friedensnobelpreis. Er soll ja bereits von Putin vorgeschlagen werden. Die Person Blatter ist durchaus zwiespältig zu beurteilen. Einerseits ist er natürlich komplett korrupt. Andererseits hat Blatter sich natürlich, muss man ihm auch zugestehen, einer kompletten Kommerzialisierung des Fußballs bislang als FIFA-Chef immer sehr erfolgreich widersetzt. Es gibt im Fußball keine beispielsweise Ausseiten, die durch tiefe Werbeübertragungen genutzt werden können. Es gibt im Fußball immer noch die zwei Halbzeiten. Es wurde ja bereits mehrfach angeregt, da drei Drittel oder vier Viertel draus zu machen, um halt mehr Werbung unterzubringen. Dagegen hat er sich sehr erfolgreich gesperrt. Er ist halt der Mann auch der armen Verbände, vor allem in Afrika, die auch die Mehrheitsstellen der Delegierten. Problem ist bloß, dass die afrikanischen Staaten, da hat der Fußball nun nichts mit zu tun, dass ein Großteil der afrikanischen Staaten hochkorrupt ist und dass natürlich diese Verbände auch hochkorrupt sind. Und ein armes Land kann man natürlich viel schneller und leichter bestechen. Also Deutschland zu bestechen würde schon einige hundert Millionen vielleicht kosten, aber so ein armes Afrikanischland, da kriegen sie vielleicht schon für hunderttausend Euro in Delegierten. Also ich glaube, Blatter hat seine Stimmen, zumindest wird das kolportiert, so für 50.000 im Schnitt gekauft in Afrika für seine eigene Präsidentenwahl. Allerdings, ich finde es da jetzt auch nicht so, ich meine, es ist billig. Es ist billig und einfach, über die korrupten afrikanischen Verbände herzuziehen. Allerdings zur Korruption gehören immer zwei, einer der besticht und einer, der sich bestechen lässt. Die Afrikaner lassen sich bestechen. Kann man ihnen einen Vorwurf draus machen, muss man nicht. Es ist sicherlich auch verständlich zu verstehen in diesen armen Ländern. Problematisch ist allerdings auch die Seite derjenigen, die bestechen. Und diejenigen, die bestechen, das sind nun größtenteils die reichen Länder aus dem Norden. Und Platini ist ja nicht weniger korrupt. Platini ist nicht weniger korrupt, das ist ja auch ein Problem. Also da wird ja der, also Platini beispielsweise ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die WM in Katar stattgefunden hat. Sein Sohn hat einen super dotierten Job bei einem katarischen Sportunternehmen bekommen. Andere UEFA-Delegierte sind auch nachweislich korrupt. Es ist dort auch nie was passiert. Also gerade aus Europa wird dieser Revolution für eine transparente FIFA ganz sicherlich nicht kommen. Jürgen Boster, St. Ingbert, fragt, welche Personen oder Gruppierungen denn bei dieser geballten Kapitalmacht hinter den Fußballkonzernen besonders stehen? Wir haben ja schon einige erwähnt. Wir haben einige Firmen erwähnt. Wir haben einige Oligarchen erwähnt. Aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Oligarchen nebenbei gesagt. Gibt es auch. Also da, also von diesem Begriff Oligarchen sollte man sich ohnehin mal verabschieden. Ich habe im Buch auch mal die sicherlich etwas provokante Frage gestellt, was unterscheidet eigentlich Chelsea London vom VfL Wolfsburg? VfL Wolfsburg wird nur nicht durch einen Oligarchen, vor allem nicht durch einen Russen unterstützt, sondern durch den zweitgrößten Automobilhersteller der Welt. Aber die Systematik, die dahinter steht, ist exakt die gleiche. Es wird ein unglaublich hoher Betrag pro Jahr, wird in diesen Verein hineingebuttert. Größtenteils aus Liebhaberei, denn ob das Ganze sich als Marketing, über das Marketingbudget irgendwie rentiert, das ist eine zweitrangige Frage. Aber das ist ja jetzt zum Beispiel bei einigen englischen Vereinen ganz anders. Die sind wirklich richtige Wirtschaftsunternehmen, die Rendite erwirtschaften sollen. Und da gibt es ja auch Arsenal London, wo derjenige, der das gekauft hat, so ein junger Multimilliardär, der interessiert sich gar nicht für Fußball. Nee, der interessiert sich nicht für Fußball. Der sammelt Vereine aus verschiedenen Profiligen, hat das Glück gehabt, dass er eine Erwin des Walton Clans geheiratet hat, also der Besitzerfamilie der Walmart in den USA. Und hat sich unter anderem zu seinem Portfolio aus Sportvereinen hat er sich Arsenal London mit in sein Portfolio reingenommen. Und dieser Verein ist ja auf Rendite getrimmt, ganz klar. Und da haben wir natürlich das Problem, dass er, wie gesagt, wo die Gelder herkommen. Und Arsenal London ist doch nicht der einzige Klub. Es gibt dort ja die russischen Oligarchen, es gibt katharische oder aus dem arabischen Raum Ölscheichs. Da ist natürlich auch so ein bisschen Rassismus mit drin, das darf man jetzt auch nicht verhehlen. Denn vor allem Roman Abramowitsch, also den man der Schelzi gekauft hat, waren sämtliche englischen Premier League Clubs, das waren nun keine gemeinnützigen Veranstaltungen, sondern die waren allesamt im Besitz britischer Milliardäre. Heute 20 Clubs hat die Premier League, 19 Clubs davon sind im Besitz von Milliardären, laut Forbes-Liste. Ich glaube 16 sind es im Besitz von Ausländischen. Und interessanterweise wird immer der Untergang des Abendlandes, wird immer vermutet, wenn dort ein Russe oder ein Araber zuschlagen. Aber wenn amerikanische Hedgefonds sich dort Anteile kaufen, Mehrheiten kaufen oder britische Milliardäre sich Fußballclubs kaufen, das wird da selbstverständlich hingenommen. Und das ist jetzt auch nicht wirklich zu verstehen, wo da ein Unterschied liegen soll. Wenn man mal genau nachguckt, ich meine, Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, dass diese russischen Multimilliardäre fast alle eine düstere Vergangenheit haben, was ich übrigens auch glaube. Nur wenn man bei großen Konzernen nachguckt, ich habe jetzt bei Walmart keine Ahnung, aber wenn man mal ein bisschen graben würde, würde man wahrscheinlich auch finden, dass das Geld auf ziemlich seltsame Weise zustande gekommen ist. Das kann man beispielsweise sehen an der Übernahme des größten Fußballvereins der Welt, was den Umsatz angeht, Manchester United. Nach dem klassischen Heuschrecken-Schema wurde dieser Verein übernommen. Also der Verein musste letztendlich die Schulden für die eigene Übernahme abbezahlen. Das kennt man normalerweise halt nur von Heuschrecken. Und die Parallelen sind da ganz offensichtlich. Warum sieht man keine Zweitligaspiele im Fernsehen? Dafür besteht bestimmt öffentliches Interesse. Ja, das denke ich auch. Da müssen Sie sich dann mal an die Öffentlich-Rechtlichen wenden. Also in der Sportschau wird ja über die Zweite Liga berichtet. Wird darüber berichtet, ja, 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 ja. Aber Sie werden nicht in voller Länge übertragen. Nee, das ist ja wieder Sache des Pay-DVs, zumindest live. Da hat, doch so klar, Sky hat die Rechte darüber. Und dort werden die Spiele natürlich auch live übertragen. Da müssen Sie halt dann bloß das Sport-Abo von Sky für viel Geld buchen. Dann können Sie die Zweite Liga auch live sehen. Noch eine telefonische Frage. Hat man diese Idee, die man bisher hochgehalten hat, dass Sport und Fußball verbindet und Freundschaften schafft, ist das nicht mehr der Fall? Oder ist es so, wie es jetzt scheint, dass Fußball nach dem Spiel Feindschaften bereitet und die Polizei immer mehr aufpassen muss, dass aus Freundschaft nicht bittere Feindschaft wird? Sollten wir nicht zurückgehen zu dem Begriff Sport schafft Freundschaft? Es sind jetzt ganz verschiedene Ebenen. Also erst mal, wenn wir vom Fußball sprechen, wie gesagt, 99 Prozent sind Amateursport. Das ist der Klub um die Ecke. Oder auch die Tegenmannschaft, die gar nicht jetzt im DFB organisiert sind. Und da schafft der Fußball natürlich noch Freundschaften. Da ist alles beim Alten. Da sind es auch noch die elf Freunde, die man sein soll. Anders ist es natürlich im Profisport. Gucken wir mal nicht allzu weit zurück. Nehmen wir mal einen Uwe Seeler beispielsweise, der Millionenangeboten aus Italien widerstanden hat und seinem HSV treu geblieben ist. So was ist heute komplett undenkbar. Fritz Walter. Ja, oder auch Fritz Walter, genau das Gleiche. Bei ihm aus Spanien, ja. So was heute komplett ist undenkbar heute. Aber auch das ist wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Früher war es vollkommen normal, dass wir in dem Unternehmen, in dem wir ausgebildet wurden, und dass wir in diesem Unternehmen auch bis zum Renteneintritt beschäftigt wurden. Und dass das Unternehmen sich auch um einen selbst kümmert. Dass das Ganze also mehr ist als ein reiner geschäftlicher Vertrag, den man dort beschließt. So moderne Fußballer, nehmen wir einen Ailton beispielsweise, hat, ich weiß nicht, ich glaube in zwölf oder dreizehn verschiedenen Profiklubs hat er gespielt. Dort jeweils immer nur ein kargmöbliertes Zimmer bezogen in dieser Stadt. War nie mit den Clubs verbunden, nie mit den Fans verbunden, nie mit der lokalen Kultur verbunden. Und das überträgt sich natürlich dann auch auf die Identifikation der Fans mit dem Klub, mit dem alten Arbeiterklub Schalke, waren die Leute in der Region ernsthaft noch verbündelt. Heute ist das Ganze mehr noch ein Mythos. Und das setzt sich fort über die komplette Fußballlandschaft. Man sieht es ja an vielen Beispielen, die Sie durchaus in Ihrem Buch auch haben, dass Fußball heute nicht mehr so sehr vereint als spaltet. Sie haben die englische Premier League angesprochen, wo eben die armen Leute gar nicht mehr ins Stadion kommen. Und Sie haben auch, glaube ich, das Beispiel von Brasilien, das berühmte Maracaná-Stadion, das ursprünglich eigentlich auch ein Stadion war, das die Leute geeint hat, wo das Volk sozusagen hingehen konnte. Und genau das ist abgeschafft. Genau, das ist abgeschafft. Im alten Maracaná, da stand dann noch der Industrielle neben dem Tagelöhner. Die Eintrittspreise waren so gering, dass sich auch wirklich jeder einen Platz leisten konnte. Es gab dort keine VIP-Lounge oder Ähnliches. Das ist heute. Heute ist das Ganze komplett anders. Heute sitzt die Belletage, sitzt in ihren Ledersesseln in der VIP-Lounge und wird mit Champagner und Kaviar zugemüllt. Während der Arbeiter oder gar der Arbeitslose sich das Ticket schon fast überhaupt gar nicht mehr leisten kann. In Deutschland geht es gerade so noch, in England geht es gar nicht mehr. Eine weitere Entwicklung ist dann natürlich, dass auch die Spiele live im Fernsehen zu übertragen, über Pay-TV immer teurer wird. Sky hat beispielsweise den Besitzer von Kneipen oder von Sportbars vor, ich glaube, vor zwei Jahren war es, ein neues Preismodell bei denen durchgedrückt, das dazu führt, dass so ein kleiner Wirt schon mal bis zu 900 Euro im Monat für dieses Abo bezahlen muss. Und das muss er sich natürlich dann auch wieder über die Getränkepreise oder über Eintrittsgelder gar wiederholen. Das heißt, dass derjenige, der finanziell nicht so fürchterlich gut situiert ist, dass der sich noch nichtmals mehr in der Kneipe dann sein Fußballspiel live anschauen kann. Und wir dürfen ja nie vergessen, das wird in Ihrem Buch an mehreren Stellen betont, Werbung bezahlt ja immer der Kunde, der ein Produkt danach herkauft. Das heißt, wenn da diese Werbeblöcke sind, da kann ich jetzt noch mal kurz vor die Tür gehen, solange, aber bezahlen tue ich die über die Produkte, für die geworben wird, eben doch. Weswegen übrigens der alte Dr. Bruker früher immer gesagt hat, kauf überhaupt nichts, wo für Werbung gemacht wird. Was prinzipiell richtig ist, was allerdings nicht immer so leicht umzusetzen ist. Nehmen wir mal Automobilhersteller, nehmen wir Telekommunikationsunternehmen. Dort wird es sehr, sehr schwer, ein Produkt auszusuchen oder einen Dienstleister auszusuchen, der nicht im Umkreis des Fußballs wirbt. Bei anderen Gütern haben wir gar keine Wahl. Der Hauptsponsor von Schalke ist Gazprom. Gazprom ist auch Hauptsponsor der UEFA Champions League. Ich habe keine Wahl, wo mein Gasversorger sein Gas bezieht. Und wenn er es von Gazprom bezieht, ob ich es nun will oder nicht, bezahle ich zumindest einen Teil. Über meinen Gaspreis bezahle ich dann halt für Schalke oder für die Champions League. Und da müssen wir natürlich gerade eben, weil wir hier ja auch im Öffentlich-Rechtlichen sind, auch die Öffentlich-Rechtlichen Sender nehmen. Denn eine tragende Säule der Finanzierung, sowohl von der Fußball-Weltmeisterschaft, als auch von der Champions League, als auch von der Bundesliga, ist natürlich auch der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk. Und über meine Rundfunkabgabe zahle ich natürlich auch, ob ich es will oder nicht, ob ich jetzt Fußball mir anschaue oder nicht. zahle ich meinen Teil dazu bei, dass das Geld in diese Verteilungssysteme reinbekommt.